Wer wandert? Nicht gesehen? Das ist der Rauch, scheiße. Hä, ist da schon wieder gestorben? Hier war gerade einer. Zumbe ist so, Zumbe ist so. Zumbe ist tot? Ja, da war noch ein Traitor bei mir in der Ecke. Da ist die Treppe runter, also der Mund. Ne, da ist Mundado. Der muss Schaden haben, derjenige, weil er runtergefallen ist. Ja, untersuch ihn doch, wenn er Traitor... hä? Super will er da! Versteh's gerade auch nicht. Da hinten ist... Warum hab ich auf jeden Fall da? Das ist Manu. Ich wollte den Traitor jagen, Mr. Moore ist der andere Traitor. Hä, nein, ich bin kein Traitor, ich komm grad AFK wieder aus der Hütte. Ich schwöre, weil... Kann nicht sein, kann nicht sein, nur Schaden gehabt. Ach, hier bist du! Mr. Moore ist Traitor. Kann nicht sein, nur Schaden gehabt. Mr. Moore sagt ganz oft, er wäre zurück. Oh, lol. Obwohl der Traitor war. Hat ihn getötet? Hat er Mr. Moore als Traitor oder was? Ja, ich hab ihn jetzt getötet. Warum? Das ist noch einer Schaden, Jermlitz. Es ist Debitor, es ist Debitor. Ja, einigen wir uns darauf, oder? Weil Debitor hat Mr. Moore getötet wahrscheinlich und Mr. Moore. Mit total besteuerten Argumentationen. Mr. Moore tot? Ja, er hat Mr. Moore getötet. Mit totalen Argumentationen. Okay. Es brennt! Und? Ah ne, Debitor? Ja, okay. Ich schieß einfach auf alles, was ich seh. Nein, schieß nicht auf mich. Es leben nur noch wahrscheinlich zwei. Wenn Debitor grad eben wirklich gestorben ist, vielleicht hat er auch nur falsch gedacht. Vielleicht hat er gar nicht gedacht. Maudedo? Ich hab Angst. Allein mit den Trailtern. Da ist der Helikopter. Hol mich ab! Ich... Hol mich ab! Maudedo? Ich hätte gern ein Radar. Thanks, too! Wo ist Maudedo? Ja, warte. Wo bist ihr seid ihr? Hallo, Zombie! Ja! Hallo! Ich bin übrigens tot. Nicht, dass jemand verwirrt ist. Ja, ja, erst mal das Auto. Oh, jetzt wisst ihr wo ich bin. Oh nein! Wenn ich... Oh ne! Hat er eine Healing Station noch geblendet, der Detective. Debitor? Ah, Debitor ist Detective. Deswegen kann ich ihm vertrauen. Hä, wo ist Manu? Manu hat einen Fake-Dead-Dings geworfen. Ja gut, dann hätt ich gleich Debitor vertrauen sollen. Das tut mir leid, Debitor. Wer hat was geworfen? Wer hat was geworfen? Hä? Manu glaubst du, als wär er tot. Hier ist wer, hier ist wer, hier ist wer. Hier ist eine Gleiche. Hä? Ich kann ihn nicht identifizieren. Oh, hier liegt irgendwo C4 wahrscheinlich. Ich habe Angst. Ich will nicht dann nach hinten gehen und dann vom C4 getötet werden. Hier ist Peter, ich hab Peter gefunden. Ja, Gott sei Dank ist der Detective tot. Ich kann ihn nicht identifizieren. Oh, du bist jetzt Manu gestorben, oder? Jetzt aber die Detective, warum hast du den verdächtig? Warum hast du den verdächtig? Ja, ja, es ist klar, dass du Tracker bist. Nein. Warte ich nicht, dass er Detective ist, weil ich zu unaufmerksam war. Ja, du bist dumm, oder? Ja. Und Manu hat, wie gesagt, den Devfaker geworfen. Maudador. Äh, ha, 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 ha. Wie ist der gestorben? Wie ist der gestorben? Wie ist der getötet? Ich hab mich mit der Schrockninte getötet. Aber mit der Raubgranate war so scheiße, Mann. Ich konnte nicht erkennen, wer das war. Ja, Mr. Moor hat mich am Anfang einfach totgeschossen als Inno. Nein, brav. Ah doch, der Mr. Moor war's? Hä, Mr. Moor, du warst Inno? Ja, hat mich einfach gerandomkillt, weil er böse war. Ja, lol. Und sagt dann noch, er wäre zurück. Ja, und er sagt, er war abkartig. Oh Gott, warum tust du, als wärst du ein Traitor? Du weißt doch, dass ich es war und Manu es war... Ja schon, aber es waren alle anderen dadurch tot, weil Mr. Moore einen Blödsinn gemacht hat. Ich hab keinen Blödsinn gemacht. Das wird mich, Manu. Warum soll dich? Du Traitor bist. Okay, komm mit in den Moore-Game-Einhof. Komm, ich bin Weihnachtsmann, okay? Okay, Dors, guck mal da bitte runter. Ja, warum? Einfach so. Ja, ja, ja. Guck noch mal runter. Hör auf, mich da runter schucken zu wollen, Alter. Ich bin Detective, ich dürfte das. Genau, dann darfst du das einfach. Ja, ich darf alles als Detective. Ja, Manu hat ein Delay? Ja. Geht das? Nein, ich bin's nicht. Oh, was? Schade. Ich bin auch ins Wasser gefallen. Ich hab nicht gelesen, wer mein Mit-Traitor war. Ich? Ja, ich hab Dario getratet. Okay. Ja, das hab ich nämlich nur noch durch meinen Radar gesehen, dass niemand mehr dort war. Dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich hier, ne? Knick, Knack. Weißt schon, ne? Ich sterbe dich nicht. Ich kann mit dir schwimmen gehen, Dario. Ich komm doch mal an, in welcher Ecke du schwimmst. Ja, ich weiß. Man kann schwimmen gehen. Ach Dario, ist das süß mit uns beiden. Ja. Okay, ich hab's überlebt. Kann ein bisschen weh so. Ich auch. Ich hab die ganze Runde jetzt die Fische gehört, ne? Was ist denn, hat die Map irgendein Videospiel als Vorbild, oder so? Oder ist das einfach nur Kaputte Häuser im See? Das ist doch ein Spiel, oder? Ja, das ist halt ein Spiel. Das berühmte Spiel Kaputte Häuser im See. Teil 1. Du hast einen Oscar gewonnen. Oscar, einfach das Spiel. Du bist so aggressiv. Ich spring auf dem Fenster. Dann sagst du, ich bin's. Dann sagst du, ich bin's. Dann sagst du, ich bin's. Er ist tot, und er wird's auch nicht mehr schaffen. Er ist tot, und er wird's auch nicht mehr schaffen. Er ist tot, ich weiß nicht, aber er wusste ich selber noch nicht mehr auf die Folge. Maudada wird mich erschießen. Maudada wird mich erschießen. Nee, ich werd dich nicht erschießen. Ja, gut. Oh, Mo, 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 Shurikens. Shurikens, Mo. Mo hat Shurikens benutzt. Äh, nein. Na, komm, dein Mull. Mo hat Shurikens benutzt. Manu hat grad mich mit ner Bombe. Ja, ja, mit ner Bombe. Ich frag ja nur, ob ich in deinem Bein schießen darf. Kannst du dir auch was Plausibles ausdenken? Detektiv, Detektiv. Wer ist Detektiv? Dann heil mich. Mo hat mich mit Shurikens angegriffen. Ich bin bei dir. Achso, komm mit. Also, Mr. Mo oder Manu. Auf den Dach, auf den Dach, auf den Dach. Tötet einfach direkt Mo, er hat mich mit Shurikens abgeworfen. Manu, ich hab keine Punkte. Oh. Das ist so, dass ich immer noch rausgekommen bin. Jetzt hast du's echt verkackt. Oh, Maud. Oh, doch nicht. Manu. Manu ist da, nein, da ist Manu. Mani, 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 Mani. Ey, Maudado. Ich hab gewonnen. Ja, er hat eine Runde. Er hat eine Runde. Mr. Mo. Manu hat mich mit der Bombe abgeworfen. Mr. Mo, jetzt kannst du den Sound von der Heiligen Granate einfügen. Er hat eine Runde zu nehmen. Eine Runde, obwohl ich nicht sterbe. Ah, hallelujah. Was ist der Grund? Äh, Kopf explodiert, äh. Er denkt mir da zuviel nach. Nein, er möchte wissen, warum er jede Runde als einzige mal stirbt. Wahrscheinlich, dass Song mir das übersetzen kann. Er hat schon so viel Zeit mit ihm verbracht. Ich bin einfach an diese Kühlkammer gegangen. Ich hab die Kühlkammer von außen zu gemacht. Warum? Weil er die Traitor war. Das ist doch scheiße. Da war ich auch der Erste. Wieso wurde eigentlich Modato abgeschossen? Hat er auf Malo geschlafen? Malo hat sich ultra schnell gedreht. Ich hab angefangen zu schießen. Und eine halbe Minute danach war ich tot. Achso. Ultra schnell. Also Ultra-Bot. Ultra-Bot. Ich will schrofen. Peter, Peter, Peter. Peter, Peter. Nein, ich wollte nur auf dich flicken und hab auch so ein geschossen. Nein, ich wollte nur... Meine Schroflin ist verbuggt. Entschuldigung, warte mal. Dele, bleib mal bitte auf dem Asstand, bitte. Was? Nein. Trifft es dich? Nee, ne? Man sieht's in meiner Aufnahme. Um links wird die ganze Sumseing creating a Script-Error. Das macht aber keinen Schaden. Hört ihr das Geräusch? Ja, von oben. Maudado? Ich weiß nicht. Du hast mit einer Schrot von oben nach unten geschossen. Ich weiß nicht. War's jetzt Maudado? Dann tötest du Maudado. Nee, ich weiß nicht. Du hast geschossen. Ich hab dich gesehen. Tötet ihn. Tötet ihn. Es ist Delay. Es ist Delay, wenn ich tot bin. Ich schieße mich bei einer Schrot auf dich. Piu. Piu. Zombies rot, bitte gehen einfach nicht. Ah nein. Ladehemmung. Ladehemmung. Es ist Delay. 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 Nein, ich hab die Granate geworfen. Es ist Delay. Es ist Delay. Ich hab die Granate geworfen. Okay, ich fühlte sich Delay. Ich hab die Falsche beschuldigt werden. Aber Delay hat auch nach oben geschossen. Da war der andere, der da stand. Ich hab keine Punkte. Ich hab 5 HP. Das ist gut, wenn der letzte Traitor... Ist Delay tot? Ja, du hast mal mitgetötet. Das heißt, du bist Traitor. Es tut mir leid. Oh fuck, was ist der denn? Oh Gott. Lautenringe drüber. Hat er noch Punkte? Hilfe! Pass auf, ist Auto-Trader. Was ist für ein Auto? Ich hab für dich ne Heal Station. Achtung, da kommt er schon. Was ist denn Decay? Also ich kenn den Typen, aber was ist der? Sag mir, dass du noch die Healing Station gekauft hast. Das ist, dass du... ... einen weiteren Punkt erstellst auf der Map. Für das Radar. Ahhhh. Okay. Falls du jemanden tötest. Alter, was geht denn hier ab? Ja, die Autos haben Mr. Moore getötet. Er ist ja voll irgendwie reingelaufen. Ist er wirklich gestorben dadurch? Ja. Ich hab die falsche Waffe, ey. Auch da, du hättest ja dadurch sterben sollen. Dieser falsche Beschuldiger. Sehr gut, später. Wie lange du dir Zeit gelassen hast, Alter. Ja, aber Zombie hast du erst noch auf dich geschossen. Ja, nein, du hast da... Ja gut. Aber Zombie hat doch gar keinen Schaden gemacht. Ich hab mit der Pistole ein bisschen auf dich geschossen. Der dreht sich viel schneller als du. Und ich hab nicht geschossen. Boah, nee. Alter, wie schnell ich war, Peter. Komm zu mir, ich töte dich. Aber es wäre auch sogar noch eine Begründung gewesen, weil ich da echt Schaden bekommen hab. Warte noch ein bisschen, geh runter. 3 Sekunden, 3 Sekunden, 1 Sekunde, 1 Sekunde. Oh, Manu. Hättest du einfach bei mir bleiben müssen. Ja, stimmt's nicht. Ich entführe eine Schrotflinte. Ihr kriegt sie niemals. Oder nicht, ey. Ich weiß, wo noch ganz viele Schrotflinten liegen, ihr Spackos. So, ich bin wieder gestorben durch irgendwelche Autos. Im Kühlraum. Immer wenn du stirbst, denkst du einfach von... The Running Gang von Mr. Moor. Geh lieber weg, Manu. Ah! Er ist tot. Oh Mann, ich mach dir immer. Was ist denn passiert überhaupt? Bleib bei Mordado. Ich hätte eine Explosionsfassung und bin hinter die Leher gelaufen. Oh nein. Und du überliebst. Nein, ich töte Manu. Ich sterbe als Einziger. Ihr seid ja beide verwundet. Ja, weil Mr. Moor draufgeschossen hat und ich hab's getragen. Oh Mann, warum macht ihr das? Können wir eine Heelstation haben, bitte? Boa, gib dem bitte keine Heelstation für diese Scheiße. Wenn ihr da eine gibt, spiele ich damit. So was da alles zueinander hier gerade. Ich hab'n Tötungsauftrag, soll ich den ausführen? Nee, nee, das war ja nur ein Scherz, dass du auch ein Event machen sollst und Manu töten, aber... Ich war schon am Absuch. Ich überleg's mir, ich überleg's mir. Ja, sag Bescheid, wenn. Das ist besser als jedes MMO mit diesen Welt-Events. Dann öffnet sich ein Tor. Ich sag' dir, Peter, ich erschiebst dich gleich einfach so, ne, wenn du mich hier weiter bedrohst. Nein, nein, das ist nicht erlaubt. Ja, ich halte dich nur an... Ist mir egal. Das geht ja nicht gegen dich. Da schiebt einer. Na, Moor, wenn ich mir jetzt... Oh, doch, der hat ne, ne, ne Ding in Station gebastelt. Warum gehst du auf mich? Ja, weil ich neben dir bin und auch Traitor bin. Ach, du hast ihn gar nicht getötet. Oh, Mann. Ich dacht, du wärst Maudado. Ja! Wie behindert. Ich dacht, Maudado hätt gewonnen, weil er das selbst sichern gemacht hat. Oh, Mann. Ich wär gerade natürlich gewesen, wenn die beiden Traitermann vorher mit explodiert wären. Aber warum? Mr. Moor, das glaub ich nicht. Ich versteh's auch nicht. Ich dachte, Manu mit einer Bombenstation ab und zu hoch. Ich mach das einfach froh auf und damit mach ich das einmal, okay? Ja, aber immer bei mir. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ach, mal da, du hättest du das nicht gesagt, dann hätt ich noch nach links geguckt. Ich war tot, ich hab gesagt, das ist Tom Day und Mr. Moor ist meine letzte Worte und du antwortest besucht. Und ich dachte, du hast ihn getötet. Und ich dachte, du hast ihn getötet. Ich dachte, der wär dumm wie Scheiße. Ich fand das war eine gute Rolle. Ich fand das war eine gute Rolle. Ich fand das war eine gute Rolle. Ich hab nur eine Discomulator. Ich hab nichts anderes. Ich hab nichts anderes. Cool. Discomuluto ist immer cool. Ich bin innocent. Discomuluto. Halle and the joueren mit dem perceive. Was kommt schon? Was ist die Rolle?